Autoritär, ja, oh, die sind ja total für Autorität da, weil diese AfD wieder, ja. Besitzungen sagen, wer hat denn die Leute eingesperrt in den Corona-Jahren? Wer war denn so autoritär und hat durch die Personenuniform jeden Demonstranten, der nicht bei drei auf dem Baum war und gegen die Regierung kritisch demonstriert hat, verprügelt? Ja, Wasserwerfer und Pfefferspray, ja. Wer hat denn Kinder eingesperrt? Wer hat denn die Alten sterben lassen? Wer hat denn Ausgangssperren gemacht? Wer war denn autoritär? Wer hat denn über eine Impfpflicht nachgedacht zu einem Zeitpunkt, wo er längst wusste, schon, wo er längst wusste, dass die Impfung ein bis zu 20-fach höheres Herzinfarktrisiko für junge Männer bis 45 hat, ja, und wo er längst wusste, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt? Wer war denn hier autoritär, hä, und Faschistoid?